Das ist quasi ein Verbund aus zwei Batterien, 72 Schuss, fast ein Kilo NEM, das heißt jede Box hat fast 500 Gramm, das ist schon mal ordentlich, das Ding wiegt auch echt viel. So, ich habe die Box mal aufgeklappt und wie ihr sehen könnt, ist das Ding im Drahtkäfig, das heißt, den müssen wir erst mal aufmachen. So, ich habe die Boxen, die Boxen, die Boxen und die Boxen, die Boxen, die Boxen und die Boxen. Das Motto ist geflügelt. 6 1,5 Stunden später. Normalerweise haben ja auch Handschuhe. Und selbst die Profis verzweifelt. Das ist natürlich vom Kunden eigentlich hässlich. Da habe ich das jetzt hier schon festgemacht. Wo das geschraubt ist. Das ist schon durchgeführt. Das wird noch so heftig gepackt. Die ist nicht mehr falsch verweiltet. Doch, wieder. Gut. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020